Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal drehe ich einen Schnee-Vlog. Guckt doch mal, ist das nicht toll? Ich könnte den ganzen Tag hier rumlaufen. Sieht so geil aus. Guckt mal die Schneekristalle. Regen kann so schön sein, genauso wie Schnee. Ein weiser Mann sagte einmal, Glück ist eine Entscheidung. Also entscheidet euch dazu, glücklich zu sein. Entscheidet euch nicht über das Wetter zu motzen. Entscheidet euch, das Wetter einfach so hinzunehmen, es zu genießen. Geht raus, spielt im Regen oder spielt im Schnee, baut Schneebälle, macht mit eurer Familie eine Schneeballschlacht und genießt das Wetter so wie es ist. Erst dann werdet ihr glücklich sein können. ... ... ... ... ... ... Ich mach dich jetzt ein Smiley. Tata, ist der nicht wundervoll? Oh, guck mal. Hier hat jemand einen Baum gefällt und einfach liegen gelassen. Wieso fällt der dann in den Baum? Und wo geht's hier hin? Ah, Stöcker. Oh, hier sind wir da draußen. Oh, hier sind wir da draußen. Oh, hier sind wir da draußen. Oh, hier sind wir da draußen.